Jo Freunde der Partnerschaften, nein heute geht es nicht um Beziehungen, nur um meine nicht erwiderte Liebe an YouTube. Allerdings habe ich eine super geile Nachricht, allerdings nur für mich, weil für euch ändert sich im Grunde halt nichts. Ich habe tatsächlich meine YouTube Partnerschaft. Ja jetzt wird wieder dieser scheiß Assi-Content kommen, nur damit er mal wieder mehr Klicks, äh mehr Geld bekommt, sag ich mal. Also jetzt kommt nur noch Clickbait und sonstiges, er wird sich jetzt genau dran halten, wie er was zu tun hat und er wird sich verstellen für alle. Deswegen, das ist nichts Gutes, was jetzt, für uns ist das nichts Gutes, was hier passiert, weil jetzt werden wir eine KuchenTV sehen, der sich die ganze Zeit verstellt und nur Themen aufgreift, die absolute Scheiße sind. Das nochmal dazu. Ne Spaß, also ich freue mich auf jeden Fall für Tim, dass er das endlich geschafft hat, weil er gibt sich ja wirklich schon seit Jahren übelste Mühe, macht weit, ja seit Jahren vor allem, seit Monaten, seitdem das passiert ist. Gibt das nicht immer noch übelste Mühe, er hält den Kanal am Laufen, teilweise noch krasser als davor und macht damit im Prinzip kein einziges Werbegeld. So, ich finde es gut, dass jetzt endlich mal was passiert ist und das aus nichts. Wirklich aus nichts. Du, ich freue mich auch an erster Stelle für mich mit Jojo und der Flo, schön, dass wir da sind. Wieder Freunde! Und wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe... Warte mal ganz kurz, war das? Das Klangrad, Real Talk nach Fatih Brate. Was geht ab, meine Freunde? Warte, war das auch so? YouTube-Partnerschaft... Warte, warte, warte... Nichts nur für mich, weil für euch ändert sich im Grunde halt nichts. Ich habe tatsächlich meine YouTube-Partnerschaft wieder Freunde. Es ist Fatih Brate. Alter, ich feier das wirklich. Meine Freunde. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe erst gestern ein Skript fertig gemacht, wo ich mich darüber beschwere, dass ich nach elf Monaten immer noch kein YouTube-Partner bin. Und dann kam nichts erahnend am Abend eine Nachricht. Hey, hast du nicht Bock ins Partnerprogramm zu kommen? Also wir fragen dich gar nicht, sondern du bist einfach drin. Ja, das war wahrscheinlich nur Zufall, ne? Ist ja nicht so, dass ich euch mit dem Skript komplett hops genommen habe. Wie ich eben schon erwähnt habe, bin ich also nach ganzen elf Monaten wieder im Partnerprogramm von YouTube und kann mit den Videos auf meinem Hauptkanal KuchenTV endlich wieder Geld verdienen. Ich habe auch gestern die Monetarisierung für die ganzen Videos aktiviert. Marco, grüße ich. Es sind gerade alle gelb. Allerdings kann ich die halt noch überprüfen. Ich denke mal dadurch, dass ich wegen Werbeunfreundlichkeit rausgeflogen bin. Ich denke einfach mal, das legt sich noch. Und selbst wenn nicht, ist das tausendmal besser, als nicht im Partnerprogramm zu sein. In diesem Video will ich euch einfach nur ganz kurz erzählen... Ich glaube, das macht ja jetzt auch nichts aus. Also die Videos, die er jetzt rausgegangen hat, die bekommen zwar an sich noch ein paar Aufrufe, aber jetzt auch nicht mehr so extrem viel. Aber wenn die neuen Videos monetarisierbar sind... Er hat es geschafft im Leben. Er hat es geschafft. Das letzte Mal hat er noch in seinem Eikuchen-Video gesagt, ja, hier wegen Geld, ein bisschen schwierig, bla bla. Wird knapp. Und jetzt auf einmal danach, zack, alle Partnerschaft wieder am Start. Rasiert jetzt komplett. Jetzt ist er Millionär wieder. Jetzt ist er wieder Millionär. Und Dankeschön übrigens für den Heimcrane. Wild. Oder wild. Erzählen, wie das Ganze für mich so war, wie das gekommen ist. Und natürlich, dass ich bald den Gucci-Shop leer kaufen werde. Denn jetzt habe ich ja Geld im Überfluss. Ich habe meine Partnerschaft im Juni letzten Jahres verloren. Und zwar, naja, weil ich halt so ein bisschen eine beleidigende Art in den Videos hatte, um nichts zu sagen. Also ich habe eigentlich quasi sehr viel beleidigt. Von daher ist das Ganze natürlich schon irgendwo verständlich, dass ich rausgeflogen bin. Ach, hör jetzt auf. Jetzt tut er wieder so mit. Ja, ja, ich bin rausgeflogen. Ich bin rausgeflogen. Das haben sie komplett richtig gemacht. Dieses Wehleidische. Hör auf damit. Du kannst ihn nochmal schön roasten, damit du auch gleich wieder rausfliegst. Ich würde auch gerne dein Geld einfach nehmen. Ich würde es gerne nehmen. Ich habe Bock auf Megesmo. Ganz schwierig, Bro. Der Hauptgrund dafür war auch wohl mein Video Religion, die größte Menschenverdummung aus dem Jahre 2010. Naja, schon mal sehr provokanter Titel. Und der Inhalt war halt auch, naja, da war halt der 18-jährige KuchenTV, der dumme Lavu-Nachrichten geschrieben hat und irgendwelche Fragen bei gutefrage.net gestellt hat. Naja, man wollte halt lustig sein und hat halt gedacht, es ist schwarz für Humor. Aber eigentlich war es halt nur Beleidigungen und dumme Aussagen aneinandergereiht. Ich dachte mir damals so easy, naja, gut, ich bewerbe mich halt in 30 Tagen wieder und dann bin ich halt locker wieder drin. Naja, dann waren es halt die 30 Tage, dann waren es irgendwann 60, 180, 300 und dann dachte ich mir so, ja, ja, bei. Die sind kurz davor, das zu machen bestimmt. Ich habe halt wie gesagt auch gar nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt so plötzlich zurückbekomme, aber hey, YouTube meinte so, komm, Digga, guck doch mal ein bisschen in den Chat jetzt hier. Finde ich schon traurig. Ich hatte halt hier auch ehrlich gesagt Glück, dass ich halt... Alter, wie viel... Warte mal ganz kurz, wie viele Memes bauten er eigentlich ein? Habt ihr das gerade verstanden? Guck doch mal bitte in den Chat, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Alter, er hat gerade einfach Fire Golden. Er hat gerade einfach komplett Fire Golden nachgemacht. Und ich muss es erst ein zweites Mal angucken, damit man es hier so richtig versteht, in welchem Kontext das eigentlich ist. Wie gesagt, auch gar nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt so plötzlich zurückbekomme, aber naja, YouTube meinte so, komm, Digga, guck doch mal ein bisschen in den Chat jetzt hier. Finde ich schon traurig. Ich hatte halt hier auch ehrlich gesagt Glück, dass ich halt Leute im Hintergrund hatte, die halt auch tatsächlich Kontakt mit YouTube haben und die da auch wirklich sehr viel Zeit reingesteckt haben, um mit denen zu diskutieren, dass ich halt meine Partnerschaft zurückbekomme. Also vielen Dank auf jeden Fall an die Leute. Ihr wisst auf jeden Fall, wer gemeint hat. Wir wissen, wer gemeint ist, aber kein Problem. Kannst dich, ja, sag mal, hast du, das, was du jetzt an Geld bekommst, kannst du mir direkt spenden, weil ich hab dir eigentlich den Weg gewei... Ich war der Wegweiser. Sagen wir es einfach mal so. Damit er wieder werbefreundlich ist. Damit es wieder funktioniert hat. Den Weg geebnet, wollte ich übrigens sagen. Nicht geweist. Ich muss sogar sagen, dass ich es rückblickend gar nicht mal so schlecht finde, aus dem Partnerprogramm geflogen zu sein. Klar, elf Monate sind viel zu viel. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Wollen wir elf Monate? Bei fünf Millionen Klicks im Durchschnitt, würde ich sagen. Lass es einfach mal nur ein 1er CPM sein, bei dem Content vielleicht. Lass es einfach mal so sein. 5.000 Euro mal elf, 55.000 Euro. Alter, 55.000 Euro. Ach, du Heilige. Und dann... Alter, nee. Vor allen Dingen, weißt du, wisst ihr, was jetzt Tim wieder für... Der hat erst jetzt mal über seine Finanzen geredet. Alter, was Tim jetzt wieder verdient, ist absolut krank. Ich sag's euch so wie es ist, ist absolut krank. Jetzt wird's wieder wild. Jetzt werden wieder die Zeiten noch wilder. ...jahres, naja, eigentlich komplett tot war. Und das auch absolut zu Recht. Meine Videos waren halt einfach nur noch hingerotzter Dreck. Einfach lieblos rausgehauen. Hauptsache, man hatte einfach irgendeinen Content. Aber eke, das ist sinnvoll, ne? Nachdem ich meine Partnerschaft allerdings verloren habe und mein Kanal zu dem Zeitpunkt dann noch schlechter lief, habe ich mir halt wirklich Gedanken gemacht, hm, es könnten halt alle anderen schuld sein, aber vielleicht auch du. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber guck doch einfach mal, was passiert. Und hab dann halt einfach mein Content umgestellt. Und jetzt stehe ich halt hier vor der Kamera, wie ihr... Und das mit scharfem Hintergrund und unscharfer Fresse. ...tatsächlich besser denn je. Ich hatte noch nie eine bessere Zeit auf YouTube, zumindest was zum Beispiel die Klicks auf den Kuchen-Talks-Videos angeht. Mal abgesehen von positiven Nebeneffekt, dass ihr wisst, dass ihr nicht die einzige hässliche Person im Internet seid. Außerdem habe ich auch ganz allgemein wieder richtig den Spaß an YouTube zurückgewonnen. Denn auf einmal ging es nicht mehr um Klicks, Reichweite oder Geld. Denn das habe ich mit dem Kanal ja einfach nicht verdient. Selbst wenn ein Video von mir 500.000 Aufrufe gemacht hat, dann war das halt im Endeffekt egal, weil ich davon nicht viel hatte. Außer vielleicht ein paar Abonnenten, die hängen geblieben sind. Das heißt, ich konnte mich halt vollends darauf konzentrieren, einfach Videos zu machen, auf die ich Bock hatte, da mir auch die besten Zahlen erstmal relativ wenig gebracht haben. Allerdings war finanziell für mich in dieser Zeit relativ schwierig, um ehrlich zu sein. Ich habe mal nachgerechnet. Und ich denke, wenn man so den Durchschnitt meiner Einnahmen einfach mal nimmt, dann habe ich in den 11 Monaten ungefähr 60.000 bis 70.000 Euro verloren. Wenn ich jetzt einfach mal 70.000 Euro mehr auf... Ey, wir waren gar nicht so schlecht mit 55.000. Gut, noch mit dem Placement sind es halt gut gerne über 60.000. Aber wir waren gar nicht so schlecht. ...dem Konto gehabt hätte, dann hätte ich nie Steuerschulden gehabt zum Beispiel. Und ich hätte auch sonst nie Geldprobleme gehabt. Ich hätte wahrscheinlich auch eine Eigentumswohnung. Und ich hätte wahrscheinlich eine Acht. Außerdem hätte ich unge natürlich noch den Titel König von Madeira wegschnappen können. Aber du kannst gerne der Veganer von Madeira sein. Ich habe zwar mit dem KuchenTV-Kanal minimal Geld gemacht, weil ich in den letzten zwei Monaten immer diesen komischen Tanz irgendwie mit reingebracht habe. Allerdings muss man auch hier sagen, das Ganze hat sich finanziell nicht so wirklich gelohnt. Also man verdient damit vielleicht 10 bis maximal 20 Prozent der Einnahmen. Ich gehe ja offen damit um. Für den Februar habe ich zum Beispiel irgendwie 1.200 Euro bekommen. 1.200 ist für Menge Geld, gar keine Frage. Wenn meine Videos normal monetarisiert sind, hätte ich aber mit 4 Millionen Klicks wahrscheinlich 4.000 bis 8.000 Euro bekommen. Also ist das im Vergleich halt wirklich absolut wenig. Und abgesehen davon, dass natürlich die Watchtime meiner Videos halt runtergegangen ist. Also mit 4 Millionen Klicks würde ich vielleicht gerade mal, wenn es gut kommt, 1.000 Euro machen, habe ich das Gefühl. Weil wenn so ein Cake News 4 Minuten geht und 30 Sekunden ist das Outro, was sich halt nur die wenigsten wahrscheinlich bis zum Schluss angeguckt haben, dann geht halt die Watchtime runter, die Videos werden weniger vorgeschlagen und mein Kanal hat dann wieder das Potenzial, down zu gehen. Das passiert jetzt halt alles nicht mehr. Glück gehabt. Das tut natürlich ziemlich weh, allerdings muss ich sagen, bei dem Content, den ich halt bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe, ist das halt auch irgendwo verständlich, dass ich rausgeflogen bin. Viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ich hoffe einfach mal, dass ich den Partnerstatus jetzt etwas länger behalte. Naja, wobei ich hätte halt auch irgendwie 6 Jahre oder so. Aber hoffen wir einfach mal, dass da nicht irgendwer aus Versehen draufgeklickt hat, sondern ich jetzt endlich die Partnerschaft behalten kann und einfach in eine glückliche, reiche Zukunft blicken kann, meine Freunde. Euer RichTV, wir sehen uns. Okay, thanks. Bye. Ja, also das ist halt für ihn schon, also ich muss sagen, so ein Tag feiert mal mehr als ein Geburtstag, weil der bringt ja hier komplett viel. Alter, wenn du halt wieder zur Partnerschaft freigegeben wirst mit dem Kanal, der eigentlich ganz gut läuft, wenn man mal ehrlich ist, wenn pro Kuchen-Tag das Video über 200.000 Klicks macht, dann ist es zu wild, ne? Das muss man so einfach so sagen. Dann ist es wirklich zu wild. Wir gucken einfach mal, wie es bei ihm ausschaut. Ja, 6.000 Abos im Monat ist in Ordnung so. Aber es ist noch ein bisschen zu wenig, um eine Million dieses Jahr zu reichen. Aber guck mal, 4,3 Millionen Klicks. Hier mal 5 Millionen Klicks und sowas. Aber das hier schmeckt natürlich, wenn du pro Tag über 100.000 Klicks bekommst. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du 100.000 Klicks bekommst, machst du knapp 100 Euro als Meinungsblogger. Das kann doch mal mehr sein, ne? Wenn du jetzt 10-Minuten-Videos machst, machst du halt 200 Euro pro 100.000 Klicks. Hier 200 Euro, 300 Euro, 240 Euro oder so. Wild. Schmeckt anders. Wer ist ja 20 Euro. WAbring. Ja.